So Schluss jetzt mit der verkackten Quest, die regt mich richtig auf, liegt vielleicht auch daran, dass ich keinen Plan habe, was ich tue. Wir machen die andere. Schatzsuche ist in Greatwood. Ich habe mich mal richtig aufgeregt, der Kack. So, in die Richtung, wie es aussieht. Wir machen das so. Das war was schrecklich, schrecklich Böses. Ich habe ja auch mal jemanden mitten, wenn ich das Ohr auch bekomme. Ah, gibt es hier jemanden? Hallo, ist da jemand? Wo laufen wir jetzt schon wieder hin, bitte? Das Bild wird nicht alles da so weit außen. Und warum ist hier kein Handeln? Das Bild wird nicht alles da so weit außen. Das Bild wird nicht alles da so weit außen. Dann kommt es hier hin. Dann kommt es hier hin. Dann kommt es hier hin. Ich glaube es ist schon einmal gewesen. Der Text dieses Schinders wurde weggelischt. Dann kommt es ab. Greatwoodsee. Alles leer? Ich habe mal ein Gegner. Ich komme jetzt hier hin. Obstfarm würde ich nicht hin. Vielleicht doch einfach zum Aussichtspunkt. Wir haben ja einige gefunden. Ja, und unsere erste Silbertur. Demselixier. Oh mein Gott. Greatwoodeingang. Eingang zu Greatwood. Hallo. Und jetzt? Jetzt haben wir keine Quest gegeben. Ich bin genau hier, Greatwood. Was ist da? Obstfarm, ich will nicht so verkacken Obstfarm. Ich glaube wir haben Leute, Paust und entführ. Suche die Bande und befreite die Geisel. Ja, hier ist keine Ruhe mehr Bande. Mein Gott, laut der KG. Röwebande, hallo! Was tut hier so komisch? So, wo ist die Röwebande? Die Röwebande, hallo! Das ist doch der absolute Scheiß! Warum sind überhaupt nirgends Gegner? Normal ist hier alles voll mit Wespen und Banditen. Raus zu Obst, fangen wir wieder zurück. Oh mein Gott, ne richtig spannende Folge wieder mal, Leute! Hier geht's ab! Ja, aussicht von uns schnell leer! Oh mein Gott! Ah, wo sei Dank! Ihr seid hier! Die Räuberbande, die ihr sucht, hat Geiseln genommen! Sie sind in den Greedwood gerannt! Vielleicht könnt ihr sie einholen! Viel Glück! Ich warte hier und sende, wenn möglich, Hilfe! Komm an! Normalerweise müsste ich jetzt sagen... Nein! In смотреть, wo war ich gerade? Da ist niemand! Tolle Logik... ...dass die Quest nur von einem Eingang auf Canvas startet. anscheinend Ein Held soll hinter uns her sein Wenn er uns erwischt, kriegen wir nie das Lösegeld für diese beiden Wir sollten verduften, los trennen wir uns Bob, du gehst mit der hier zum Fischer Creek Ich und Red nehmen die andere mit zum Greatwoodsee Wir lassen Jungs hier, die sich um ihn kümmern Los Lasst mal Jungs hier Ich hab keine Angst vor euch, Freunde Das gibt es nicht Wie treffe ich diese Penner Verpiss dich Du siehst gleich gar nichts mehr aufgeben Wo ist denn jetzt wieder der verkackte Zauber Oh Gott, lauter Schöße Verpiss dich einfach alle So, letzter, komm her Wird mir die Mutter nicht einfach mehr Schnelligkeit geben können Wer zu dumm ist zum zuschlagen So, Fischer's Creek Gehen wir zuerst und dann zum Teipoze Fischer's Creek Fischer's Creek Fischer's Creek Der Bursche bedroht mich dauernd Tut doch was Der Bursche bedroht ihm dauernd So ein Lümmel So weiß die Mutter keine Zeit Jo, hielt er mir auch wieder Moin So, hier geht's halbwegs, zumindest halbwegs, mit dem verkacken Zauber. Jo, vielleicht gehst du jetzt auch nicht raus. Wow, 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 verpisst euch. Der ist einfach zu dumm. Stierb, stierb, stierb. So, neben mir steht er, okay. Tauber! So, kind of... Up! Oh, we're trying to fucking see through! Danke für die Rettung, oh Held. Bitte. Der Räubergeneral und sein Stellvertreter haben meine Schwester. Die Räuber sagten, sie brächten sie durch den Greatwoodsee. Dort könnt ihr sie schnappen. Ich geh nach Bowerstone, da ist es sicher. Auf jeden Fall sehr gut, dass ihr nicht begeht. Wir schauen mal in das Haus, was es da so gibt. Da kann man nämlich angeln. Zweimal. Erster ist drinnen. Und eine dritte Angelstelle. Noch besser. Der Zweiter ist drinnen. Mohnfisch. 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 und der dritte alle drei zusammen haben wir eine malochenschleuzer sehr schön dann noch ab zur truhe lederfechter natürlich auch nicht verkehrt was macht jetzt weg eine heldenreise nummer eins ich kann mal schlafen so eine will ich aber ne wir fangen nur mondwischen und durch Bis zum nächsten Mal.